Der viermalige Champions-League-Sieger und ehemalige Regisseur des FC Barcelona, Javi, hat in einem Interview zugegeben, dass ihn viele Fußballspiele mittlerweile langweilen. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Ich muss gestehen, dass ich die meisten Fußballspiele im TV langweilig finde, sagte der Welt- und Europameister Cataluña Radio. Viele Teams agieren schwerfällig und spielen monoton Fußball. Mannschaften im 4-5-1-System langweilen mich, sie wollen den Ball gar nicht, meinte er. Ex-Barca-Spieler Javi, das will ich als Coach nicht machen, dennoch kann der 38-jährige Erkenntnisse aus solchen Spielen ziehen. Solche Spiele zeigen mir Dinge, die ich als Coach nicht machen will, sagte er. Sollte der 133-fache Nationalspieler eine Trainerlaufbahn einschlagen, solle sein Team das Spiel dominieren und ständig aktiv und kreativ agieren. So wie es zu meiner Zeit in Barcelona war, erklärte Javi abschließend. Mehr zum FC Barcelona.